Musik 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 Sicht einfach vor meinen Füßen ist der Troll, ist mal nix Möch So, und jetzt ist Gott, kommen wir wieder hoch, wenn man hier runter geht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Lass mal liegen, oder? Lass mal liegen, ja. Ein Schritt! Aber ich glaube, soweit kommen wir noch hin, ok. Medipack aufgesammelt, ok. Passiert aber nichts weiter. Ja, wir können oben oder unten lang. Ich denke mal, wir gehen oben. Ok, jetzt gehen wir oben lang. So. Na, wir müssen runter. Nein! Bitte nicht! Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen. Verbrecher. Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Sophis. Oh, da töte er einen nach Boschkampf. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott, nicht sie! Nicht sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Zweifle nicht! Ich verspreis! Ich bezahle! Ich bring euch den Zind! Lass sie nur nicht in meine Nähe! Was? Hör nicht hin, Kind! Exekutiere ihn! Ach scheiß drauf! Was tust du, Kind? Lass mich runter! Na gut, gehen wir runter. Wir müssen runter. Yay! Nachschrei! Na gut! Ach. Nichts. Mach. Ach. Ach. Mh. Ach. 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 Das kann man gar nicht einfach, okay. Das kann man gar nicht einfach, okay. Man ist schon so gewöhnt von Outrider, das hat man immer noch im Kopf, ne? Ja, schießen wir drauf, dann bist du ja geheilt, weißt du? Ja. Das passiert hier ja nicht. So. 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 Das kannst du aufnehmen, wenn du willst. Apropos Chrom-Magazine, also Stangen-Magazine brauch ich nicht. Warte mal kurz. Stangen-Magazine werden eh, glaub ich, voll, ne? Muss gleich noch mal schauen, warte, bevor wir weitergehen. Das hat Krummel und das Maschinen-Dings hat doch gerade, okay. Okay, ja. Hier nochmal reingucken. Auch wenn wir hier nicht lang müssen, aber hier sehe ich schon wie eine Kiste stehen. Ich hab das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slack zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slack viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, ja. Ich würd' sagen, wir gehen hier oben lang. Da kommen wir ja zwei nicht hoch lang. Na ja. Ne, kommen wir gar nicht. Ach, du Kacke. Vorsicht, Vögel. Stell den Schütz auch am besten. Oder lass die Vögel kämpfen da unten. Ich glaub, die greifen da unten an, oder? Lass sie mal machen, die fliegen mal runter. Vögel. Die Flugsau, yeah. Kleine mal zugucken. Guck. Guck. Wack. Wack. Oder wie sie heißen. Guck ist das. Guck ist das. Guck ist das. Ja, die Flügel heißen aber. Wack. Bad-Ass-Wack. Ist ein Bad-Ass? Bad-Ass. Kannst den Geschützer runter schmeißen. Hihi. Für was? Für was? Für die Vieche da unten? Wir müssen da lang! Wollten muss ich sagen, ne? Naja, schon, schon, ja. Dann lassen wir mal die Vieche nehmen. Ah! Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir verballern hier unsere Munition, oder? Ja, aber du willst ja Schüsse hinstellen. Warum auch? Hab ich ja nicht. Hat man ja nur zu rumtragen mit. Schluss! Okay, kaputt, okay. Das war Lütte! Der Nachrag. Ach komm, wir gehen jetzt runter hier. Ach. Et, bleibt da oben, oder? Das war doch gar nicht. Oh. Haben wir eine Runde geschubst? Ja. Ich hab's gesehen. Was ist da hinten? Oh Gott, oh Gott. Aber der legt sich, glaub ich, mit nem Fuhl legt er sich ein. Ja. Ah man, ja. Ah, bin mir noch nicht so sicher. Jeder, siehst du, da läuft der noch. Medipex, gut. Wenn der weg ist, kommt er bestimmt auf uns wieder, Vogel, wieder. Wollen wir doch mal gucken. Jetzt ist er weg. Gut. Ist nur noch der Vogel da, okay. Wie ist jetzt, kräft er uns an. Hä? Kackt, will man auch den Kopf kacken oder was? Sag mal so aus. Okay, so, komm her. Kann ich ihn auch anfangen? Nö, zu weit weg. Ah, ich glaube, das war's. Ja. Oh Gott. So. Wuuu. Ey, hier ist noch. Ein paar Ingenieure. Hier sind noch wieder ein paar. Äh, runter mit hier. Oh, noch einer da hinten? Okay. Wollen wir bloß halt einsammeln hier jetzt. Das ist Iridium. So. Voll, voll, voll. Bin schon wieder vollgestopft. Das war nicht so schwer. So. So. Ah, umgucken, umgucken, umgucken. Du, 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 du Ah, was ist hier? Wer Quatsch hier? Ist er am Automaten oder was? Ach nee, Speichermodul. Gehen? Ach, okay. Die Sünderungszeiten sind täglich mittags oder wenn ein Zuwärter in ein Gehege fällt. Hast du gehört, ne? Wir weisen das Personal erneut darauf hin, Gespräche oder Blickkontakt mit potenziellen Testpersonen zu vermagern. Die Sünderungszeiten sind täglich mittags oder die Sünderungszeiten. Und das wird halt so weit er in ein Gehege fällt, dann ist Föderungszeit, jawohl. Zu viel Waffen hier, warte mal. Ach ja, ist aber alles voll gerade, schade. Was hat die denn für'n Schade? Zwei, sieben... Bitte bleiben Sie innerhalb der roten Linien. Ja, ja. Wenn diese verwischt sind, dann sterben Sie eben. Naja. Dann sterben Sie eben, ja, ja. Okay. Mal gucken, ob ich ihn wegschmeißen können. Jetzt schmeiß ich bestimmt das Falsche weg, ne? Oh, wie schön. Zack. Du siehst, äh. Falls Sie Schrei aus den Forschungslaboren vergeben, hören Sie weg! Hören Sie weg! Ja, ja, ja. Wo haben wir jetzt die neue? Hier, hm... Hm. Während Sie auf Ihre Tests warten, machen Sie sich bewusst, von welch erhabenen Kreaturen Sie umgeben sind. Machen Sie sich nicht bewusst, dass diese dies überleben werden. Falls nicht noch etwas Außergewöhnliches geschieht. Ja. Wollen wir weiter? Jo! War mein... Neh... 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 Nehnahrung zu mir. Juhuu... So Falladier. Ja. Ja. Haben wir auch mal 4 Tafeln gekauft. Also die sind erst mal im Kühlschrank. So, das brauchst du ja bloß kurz aufreißen und Strom reinstecken, weißt du. Kommt an die Halle, ich weiß, hab ich schon gesehen, sitzt der Händdeck hier, ok. Okay. Go. Achtung! Rechts! Das ist wie so ein Schildschieber, pass auf! Hey, weg hier! Ah, habe ich tot! Der hat mich verätzt! Was ist für dich dranne? Komm mal her, mal mit der Beliebung! Bleib bei mir! Oh, bleib bei mir! Oh, ich bin tot! Der hat mich verätzt! Danke! Nächste da! Na ja, weiß Bescheid! Wenn die explodieren, veräst du dich auch! Manchmal! Nächste da! Zwei! Höh, Scheiße! Sagt er! Ja, das sagen wir auch immer, wenn wir sterben! Scheiße! So, hier sind doch die Behälter, die wir einsammeln müssen! Okay! Bing! Bing! Brauchst du Gesundheit? Brauchst du Gesundheit? Ja, brauche ich! Also! Ja! Dann hier! So! Verdammt! 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 Ja, ja! Verdammt! Da ist was wir sammeln müssen! Einen brauchen wir noch! Einen brauchen wir noch! Einen brauchen wir noch! Geh mal die Treppe hoch, ne? Ja! Warte mal, hier ist noch eine Kiste! Äh... Zack! Munition! Gott! Hier liegen noch überall Kisten! Mach die mal auf! Falls du Munition brauchst! Hm! So! Hast du aufgemacht? Nö! Jetzt warte doch mal! Ich bin, bin doch der Wiesel! Ja, klar! Das ich hier durch den Raum wiesle und... Ich denke, du gehst nach oben! Ja, ich dachte, du kommst mit! Aber... Nee! Bin ich mitgekommen! Du sollst nicht mitkommen! Weil sicherlich hoch geht! Ja! Ja! 清bord! Ja! wrote das ist! Ja! Ja! Und...